Haha, ist doch spannend! Das gibt's doch gar nicht! Los! Mach ein bisschen was mit der Falle! Nein! Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 Online. Cunning Stunts, das neue DLC mit den neuen Strecken ist ja da. Mit dabei heute Anne, Shigo, Krabs, Kunan, Manus, Nils, Sachse, Liquid und Earlyboy. Hallo! Servus! Hallo Moin! So, und jetzt hier, schön ready drücken, dann kann's auch losgehen. Nein, gib erstmal Wetten! Was, ich hab meinen geilen Raceranzug. Du siehst aus, wie heißt deine Stunt denn hier? Ja, ja. Oh Gott. Wie ist der? Wie? Evil Kneevel? Evil Kneevel! Was vom Fick ist das für eine Map? Oh Gott! Das sind die neuen Strecken! Scheiße! Ich hab die neuen Strecken genommen, sag mal! Wir gehen alle rechts! Nee, nee, nee! Gibt's denn aber auf dem Motorrad irgendwas anders, außer... Nee, ne? Oh Gott! Oh! Hä? Bei mir kam jetzt erst das Go, sonst bin ich doch immer der, der als erstes fährt! Was ist das? So rächt sich das! Was ist das hier? Das ist was du willst! Oh Gott! Ey, ich bin so... Boah, sieht das krass aus! Evil Kneevel springt! Ich hab nen Salto gemacht! Ich flieg immer noch, das ist nicht gut! Komm runter! Komm runter! Endlich wieder GTA, Leute! Ich hoffe, ihr habt Bock! Der Sachs ist erster, Leute! Oh! 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 Leck, wer im Arsch! Wieso fahren alle nach links? Liquid, was war das für'n Trick? Hä, was denn? Wissen Sie? Es ist von mir voll nach links die Map runtergesprungen! Nein! Nee! Ich bin auf der Map! Mal ganz kurz, wie kann ich als Beispiel nochmal das Vorderrad hochziehen? Mit dem Steak nach hinten drücken! Mit dem Steak nach hinten drücken! Oh! Dann ziehen sie vorbei! Evil Kneevel! Oh! Ich hab nie ins in der Luft geschubst! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Nicht rausfliegen! Okay! Okay! Der Erste ist mega lahm! Das sagst du! Ja, der Erste ist echt lahm! Nononono! Vorne, aber wenn du einen Sprung mit, ähm, mit Windkraft bekommst, dann wird's echt gefährlich! Hä? Wie setzt man nochmal zurück? Y gedrückt halten! Ganz klar! Oder auf der Tastatur halt, äh, F! Endlich mal wieder GTA! Das mit der ganzen Truppe hier! Ich hab Monate, äh, immer dran gedrängelt, dass wir GTA spielen! Nils, bist du gegen die Wand gefahren? Wo bist denn du dann hinten auf einmal? Oh no! Weit, weit vorne! Ich bin Erster! Nee! Nils ist vor uns noch! Weil jetzt bin ich Zweiter bei mir! Bei mir steht sogar Erster! Leg mich an der Arsch! Ich bin Erster! Ja, jetzt hat Early Boy mich überholt! Hä? Okay, das ist jetzt sehr D6 mäßig! Jetzt bist du Zweiter! Nee, Erster! Ich hab dich schon wieder überholt! Nein! Ja, du hast mich überholt, aber um Zweiter zu werden, siehst du Early Boy nicht da gerade neben der Pferd? Also irgendwas stimmt ja nicht! Ich bin eindeutig Erster! Ja, jetzt bist du Erster! Das ist richtig! Nein! Wer ist denn da unten lang gefahren? Wo unten? Es gab kein unten! Alter, das ist der Hochwelt, das geht bald aus hier! Ja, ich hab hier eindeutig D6! Nein! Nein! Wann los, Early! Geht er weg da? Geht er weg? Ich glaube, ich muss Early Boy die Eiser machen! Warum überrollt ihr mich alle? Alter! Ich hab vorhin einmal zu oft hier Shift gedrückt und bin direkt auf dem Desktop gelandet. Jetzt bin ich ein Mointer. Ja, das nervt, ne? Oh! Wollte ich ihn festgestattieren? Es ging drei Runden, ne? Ja! Nein! Aber bei mir ist das mega verbuggt! Weil jetzt bin ich auf einmal 6er gewesen, obwohl niemand vor mir ist! Nein! 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 Bei mir fährt keiner von euch! Also ihr fahrt alle mal, wenn ich euch seh' gegen die Wand! Du hast mich überholt! Ich hab die Tricks für die Map raus! Ich hab mich grad überholt! Gibt's Early bei mir vor mir auf einmal? Das Problem ist dafür, dass ich bei mir Erster angezeigt werde, denkt der Spieler, dass ich Erster bin und ich fahr viel langsamer! Wollen wir mal gucken! Das ist ja aber dein Problem! Geil! Ich seh' keinen mehr! Ich seh' keinen mehr! Das ist voll langsamer! Der Ghost Rider! Der Ghost Rider, ja! Komm nicht mehr rein! Ich fahr' mein eigenes Rennen! Ibe Kniebel! Fährt ohne Konkurrenz! Ich mach' das, Leute! Ich bin erst da! Ich sollte nicht zu übermütig sein! Nee, nee! Warte mal ab! Am Ende! Ich bin nämlich Erster! Ich bin nur unsichtbar! Danke, Neil! Was ist hier? Du machst hier einfach so'n Boost, ne? Early ist bei mir eben rechts die Wand hochgefahren und... Ja, das ist richtig! Nee, nee, jedes Mal, wenn ich euch sehe irgendeinen, fährt er halt automatisch geradeaus gegen die Wand. Also ohne Berechnung. Das machen wir extra, das ist gar kein... Ist irgendjemand gerade ein bisschen Greise? Ja! Kommt, Leute, holt euch den Windschatten! Ihr wollt ihn doch auch! Jetzt hab' ich Lieblatt überholt! Ich krieg' auch keinen Windschatten, leider, weil ihr alle nicht existent seid! Bei mir ist lange keiner, also... Das war echt gemein mit dem Zugpitzen! Ja, die Strecke! Ja, die Strecke! Was macht der Manus denn hier? Ja, das ist voll öde hier, ey! Ich hab' jetzt gewartet! Auch bei der nächsten Runde... Ja, aber... Warte! Und zwar genau die ganze Runde! Was macht der Manus? Versucht ihn sofort anzufahren, ne? Das reicht! Keine Drecksau! Liquid ist jetzt auf den Ersten! Was macht denn der Sachse auf einmal? Alter! Ja, schlechter! Wer hat mich gerammt?! Du Arschloch! Ich mach'n Frontflip! Du Arschloch! Alter! Ich... Ich fall' komplett aus! Ich... Ich bin Letzter! Ich hab'n Frontflip gemacht! Wie komm' ich denn wieder nach oben?! Hallo?! Y gedrückt halten oder F! Ich bin ganz unten auf der Map gelandet! Dann immer noch F gedrückt halten oder Y! Ich bin Letzter! Das war's! Ich bin Letzter! Das war's! Welchen Platz bist du denn? Ich bin Letzter! Wie vieler bist du Letzter? Toll! Ich bin Siebter! Ich bin... Wer hat mich runtergeschubst?! Wer war das?! Vielleicht war das Evil-Ghost-Rider-Knieflin! Ich hab' keinen Bock mehr! Ich war so cool! Sachs, hast du mich jetzt grad gesehen? Ja! Und auch überholt? Aber mir fährst jetzt wieder die Map runter! Okay! Hi boys! Also, das ist ein Sprung super cool! Das hat mich schon mal ein Problem! Kann man schuppen? Gegenfahren einfach! Ja, das probiert er schon die ganze Zeit! Ja, das hat der Sachs bei mir auch die ganze Zeit gemacht! Anne! Ich wollte gerade ein bisschen vorne! Total scheiße, wenn man hinten irgendwie bei Manus ist, ne? Das Aufholen ist einfach... Ich meine, das ist gut! Weil ansonsten würd's... Fast so wie vor der Aufnahme! Ich find' das... Also, ich find' das super gut mit dem Aufholen! Aber... Das funktioniert aber auch nur für euch da vorne! Wenn du einmal zurücksetzt, kannst du nicht mehr gewinnen! Tschüss! Das stimmt! Aber hier vorne ist es mega spannend! Kenn' ich! Wärst du da hochgekommen, Manus, hätt' dich runtergeschmissen! Ach Mann! Ich hab's ja irgendwie vergeigert! Also! Jetzt blocken wir uns hier gegenseitig! Ja, man verliert hier aber auch mega den Speed drin! Ja, wenn du halt... Wenn du so'n bisschen auf die Schräge kommst! Ja, weil die ne komische Kollision haben! Ich muss da eins übersetzen! Die Ränder... Da vorne ist übrigens das Ziel, Leute! Scheiße! Ich muss euch vorlassen! Warum? Das ist halt echt schlimm! Damit ihr jetzt nicht meinen Windschatten kriegen! Pass auf! Pass auf! Ich versuche noch einen Frontflip! Ja, das könnte zu viel gewesen sein! Okay, der Frontflip war zu viel! Ah, hab' ich mich gerade selbst aus dem Rennen gekickt! Ach, Mann! Jetzt habt ihr gleich den... Nein, hab' ich nicht! Liquid aber... Oh! Wer gewinnt? Nein! Nice, Leute! Nice! Ihr müsst nicht auf dich warten, Leute! Im Wheelie das Ziel! Frontflip! Dann bin ich nur weggeflogen! Frontflip! Ich hab' kurz sogar gedacht, du wärst komplett runtergeflogen! Ich dachte's auch! Schade, jetzt hätte ich... Nachdem ich mein Auto zurückgesetzt hätte, hätte ich gerne noch mal einen von euch gesehen, ob's dann geklappt hätte! Das stimmt, ja! Also man kann jetzt beklagen! Ich wurde erst... Da kommt er jetzt nicht drauf... Hä? Bei mir bin ich siebter! Nee! Und ich bin jetzt im Ziel! Ja, doch, okay! Aber du wurdest jetzt letzter in der Spectator... Also bei mir fährt Dalu noch! Bei mir fährt Dalu auch noch! Das kann doch gar nicht sein! Nein, bei mir nicht! Nee, bei mir steht Dalu, dass Dalu siebter geworden ist! Ich bin sechster! Nie beendet! Nie beendet! Nie beendet! Nie beendet, Leute! Hatte bei dir da auch irgendetwas Pinkes an? Kommt mal? Ja, ja, ich wollte... Ich hab' ich einfach immer wieder dieselben langsam machen muss... Wer hat mich weggeschubst vorhin?! So, was passiert jetzt? Jetzt kommt man mit der Animation... Na ja, dann musst du quasi suchen! Ja, dann ist die Frage... Ja, dann ist die Frage... Bäumchen! Match! Was ist das für'n Mongo, der da steht? Aber Krabs und Marmus haben auch nie beendet! Nee, natürlich nicht! Erstmal schlecht bewerten! Ohhhh! Die Rater! Das war immer Kramps Aufgabe, oder? Ja! Ich war Erster! Ach, das ist ja... Das ist ja cool! Was denn? Das ist jetzt ne Gesamtrangliste... Ja, nee, weil's ja nicht anders ging! Ich hab das... Ich musste ne Playlist machen! Okay! Ja, aber das ist ja witzig! So, jetzt bin ich einfach hier! Es ist zum Heilen! Ohhhh! 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 Jetzt hab ich mich auch noch runter! Ohhhh, ja! Ja, natürlich! Supersport dran! Was ist bei dir abgekackt und dran? Ja, bei mir ist das Spiel abgekackt! Ohhhh! Ah, Kackspiel! Supersport war auch! Ja, Mann! Die zweite Runde jetzt noch! Danach gibt's dann nen Cut! Und dann kann man... Nach gibt's Essen, dachte ich! Nach gibt's Essen! Nach gibt's Essen! Was nennt man denn hier? Was nennt man den Tyrus? Den Prodo! Prodo? X80! Den Grotti! Evil Kneeble ist mein Answer übrigens! Ja! Hm! Nehm ich denn! Eigens auch mit! Da kann ich meinen scheiß Helm nicht abnehmen! Ich hab den immer noch auf! Wo soll der Scheiß? Torhal, warum hab ich denn auf Dalu gewertet letzte Runde? Ich hab ja gewonnen! Mich hat niemand überholt! Was ist denn da so frech? Na 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 na! So, warte mal! Ich werd erst mal auf mich! Nein! Natürlich nicht! Ähm... Wie werd ich denn noch? Boah, Anna guckt voll böse, ey! Mein Grenz ist ja gar nicht da, ne? Ich werd noch mal auf mich! So! Auf dich! Anna guckt voll nett! Der war nicht schlecht, ey! Der war nicht schlecht, ey! Der war nicht schlecht, ey! Gib uns das Geld doch so, ey! Loch'n Jäger! Jetzt geht's ab! So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich auch wieder 8 Sekunden später losfahre! Die erste Kurve ist dermaßen Grenzer! Bei mir kommt wieder kein Go! Bei mir auch nicht! Das geht direkt mit 8 los! Mein Gott! Ich kann endlich mal mitfahren! Ey, wieso startet die App? Nein! Figo! Nichts! Nichts! Nein! Das ist so Grenz! Ich hab's nicht! Ich hab's nicht! Ich hab's genommen! Ey, Sachse, du Arsch! Oh, nee! So! Der ist hier mit Krebs und Sachse gelandet, ey! Ich kann ja nix reden! Boah, krass wie das aussieht! Steuert man das auch wieder Luft? Steuert man das auch wieder Luft? Oh, Alter! Alter, was hast du für ein Buch? Du, warte, ey! Du hast mich geschubst! Mitten im Flug, ey! Ich hab dich bei mir nicht berührt, aber ich hab gesehen, wie du weggeflogen bist! Oh, was? Ohne, dass ich dich berührt habe! socially supreme Isaiah petite Wo eins haben wir hinten immer! Hallo Shigo! Wieso, hab ich für den solchen LED? Joooaahhh Nääää연, nänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänänän Ich hör doch hinter mir auch nen Motor! Das gefällt mir nicht! Nääääh! Hirbt der denn Danाullo? OOh ole xD Diese gehässige Lacher만! Egal! Ich hab mich schon wieder gedreht und ich bin immer noch vorne! NAAAINN! Dankeschön Aber du Pköcle ey! Hey, der hat uns jetzt mal um 180 Grad gedreht. Ich bin doch da. Ich bin immer noch da. Hey, was drängeln hier? Ich seh nichts, meine Kamera! Seh ab! Geh weg! Nein, Daniel ist jetzt vorne. Daniel, siehst du uns? Jaja, ich seh euch endlich. Kunran war bestimmt das Problem. Genau. Das ist aber... Kunran ist generell das Problem. Check doch jetzt mal, ob du irgendwie was einstellen kannst in der Zeit. Ach, sagt sie, wir haben wieder Fallschwung? Ja! Wer ist das jetzt? Nils? Mach hier keinen Stress! Nils! Hinter uns? Da kommen die Nächsten. Oh, das sieht nicht gut aus da vorne. Das ist ein Liquid. Oh, der wird durchgetreffnet! Ich war die ganze Zeit zu weit vorne. Dann hattet ihr mega viel Speed drauf durch den Windschatten von euch gegenseitig. Den ich nicht hab da. Wow! Holy moly! Moment, wo kommen die Webs an? Die haben die von GTA-Web oder so? Ja, das ist das neue DLC. Also, das neue Gratis-Eddon. Nein, du hol ihn nicht! Jetzt gebt ihm doch nicht den Windschatten! Ich mach Platz, ich mach Platz! Ich mach Platz! Mach einen Frontflip! Wer cool ist Frontflip! Oh, ich mach Backflip! Ich mach Backflip! Mama! Das ist nicht cool! Das ist wie ein Ohr-Ringer-Versack! Mach ich auch, Early! Perfekt gelandet! Perfekt gelandet! Äh, weggedriftet! Also... Ich will nicht ins Handy! Nein! Nein! Keiner hat die Kurve gekriegt! Doch, ich! Ich auch! Erstmal Gurley hier stehen lassen! Hallo! 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 Manus! Ja, tut mir leid! Du kannst von der Seife! Ja, wollte vorbei! Wollte ich da! Ja, das geht an den Indie-Wing! Warum ist Liquid denn schon wieder so laut? Uuuuuhhhh... Shit! Ich flieg zu weit! Fahr rechts rum Liquid! Reicht! Komm, lass uns gegenseitig boosten! Die kriegen wir, die Bombs! Ey, arbeite nicht mit daran zusammen! Vor dem Ziel verändern dich! Vor dem Ziel verändern dich! Erster und Zweiter ist auch gut! Nein! 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 Early, der Holzkopf fährt halt auch mit! Ich hab hier noch... Kann einer Early von der Straße hauen? Liquid, was wird das? Liquid! Ja! Tschüss Liquid! Ich hab den Sprung geschafft! Ich hab den Sprung geschafft! Ich hab ein bisschen getrickst! Ich wollt's spannend machen! Ja, wir machen das! Tschüss! Ja, ja! Ja, ja! Lass ihn vorbei! Lass ihn vorbei! Nein! 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 Meine Kamera hat gerade voll überschlagen! Danke Liquid! Kein Ding! Ich konnte nichts mehr sehen! Meine Kamera ist auf einmal hinter das Auto gesprungen! Ich glaube jetzt hat Nils gewonnen! Jetzt hab ich freie Fahrt! Jaja, jetzt dürften wir nicht mehr rankommen! Wie viele Runden! Doch, doch! Das ist ja noch ne Runde! Ja, aber wir holen ja nicht auf! Ja doch! Ihr seid ein bisschen viel auf! Die Röhren sind kacke! Die Röhren sind immer geschackert! Weil ich bin sehr langsam gerade! Das Rubberbanding! Ja, aber das Rubberbanding ist zu wenig in dem Spiel! Gerade je weiter hinten du bist! Bleib mal ja ein Fehler! Spieler 2 und 3 haben noch Chancen, aber dann endet's halt auch! Ja, aber dann ist Dado jetzt auch weggeflopfen! Nee, ich bin zwar knapp! Aber der hast doch schon das Ziel jetzt, oder? Ja, das ist das Ziel! Für Runde 2! Ja, aber es gibt noch ne Runde! Loi! Alja, was bist du für ein Peck ist? Wollt ihr mich hier aus der Kunde schreien? Hau ihn um! Hau Manus raus! Du musst ja gar nichts machen! Ihr kegelt euch das auch nicht so viel raus! Lieber Nils Erster und Manus Achter! Ey, Loi! Das ist nicht möglich! Ja, ernsthaft! Das stimmt, das ist nicht möglich! Hat Chico richtig erkannt! Jetzt hau ich Manus voll weg! Jetzt hau ich ihn richtig! Ich hab Windschatten und ich crash jetzt! Na komm der da hinten, ey! Ich bewege mein Auto in der Luft diesmal gar nicht! Sonst fliege ich wieder in alle Richtungen! Wuuuuh! Das war Glück! Kamera in diesen Tunnels ist so krass! MEIN! Leg Wind! Hör auf! Ja! Ah! Ihr schadet euch nur selbst! Ihr werdet nicht fliegen! Nein! Geh weg! Keinen Fehler machen, Manus, ne? Wenn du bremst, fliegst du! Manus macht keinen Fehler! Wo fährst du lang? Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Links! Links! Hahahaha! 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 So! Manus ist raus! Leute! Hanna hat's Selbstmord für ja! Nein! Ich bin auch raus! Ich hab auch einen Fehler gemacht! Liquid! Deine Chance! Ja! War das schon wieder am Rennen! Ah, wir hatten ja so gemein sein! Was heißt gemein? Du, Nils! Oh, da vorne sehe ich ein gelbes Auto! Oh, Liquid kommt nah! Oh, komm schon! Nein! Oh, Nils! Hat der Fehler gerade das Rennen gekostet? Was wär er, bitte? Uh, Mr. Darncar! He, du kriegst mich nie! Wo seid ihr denn? In der Pipe bin ich wieder! Dich auch! Lüge! Der ist gleich dran! Was ist das für ein Mist! Jack Doris-Style jetzt, ey, pass auf! Diese Pipe ist voll kacke! Pipe sind saugeil! Das haben die echt da gemacht! Die Pipe ist echt kacke! Das ist halt ein guter Baustein für Strecken! Klar, das ist es denn vorher nicht! Ja! Die Kamera ist dabei! Alter, Anna! Verzier dich! Leute! Geh zurück, wo du herkommst! Ihr beiden da vorne! Ey, lol! Ne, lass den Jan ist vorbei, ey! Äh, ich bin dabei! Ja, der ist auch rangekommen! Ja! Okay, das wurde nochmal spannend jetzt in der Endphase! Komm, Liquid! Nein, ey! Das machst du nicht! Oh! Boah, die drei davon ist hier! Jetzt sind... Oh, was geht da? Ist doch spannend! Das gibt's doch gar nicht! Los! Machen wir's wieder vorne! Nein! Oh, Mieser! Das war's! Nein! Nicht nur für dich! No! Oh Gott, ey! Nein! Nein! Ich hab zu viel verloren! Ich bin länger verloren jetzt hier! Ding, der ist genau hinter mir! Wer ist das? Ich! Ich komm nicht auf die Rampe drauf! Ich auch nicht! Ich auch nicht! Das ist so knapp! Das ist so knapp! Leg mit! Alter Schwede! Wer hat gewonnen, Alter? Wer hat gewonnen? 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 Ey! Leg mich am Arsch! Ey! Erschrick liegt auf die Rampe! Ich rechts, ey! Das war so knapp, ey! Das war so krass! Also ihr seid nebeneinander rein, oder? Ja! Ja, aber direkt nebeneinander! Foto-Finish! Boah, das war echt mies, Alter! Das war nice, Alter! Das war fast mies! Boah, er hat halt mich auch noch im Tunnel getreten! Ja, aber ich selber auch! Ja, ja, du halt auch! Ich hab halt das ganze Rennen nichts gemacht, hier! Und dann ist am Ende gerammt, lieber! Wir haben halt zum Schluss alle in dem Tunnel gedreht, ey! Ja, aber ich hab mich härter gedreht! Ich konnte ja erst mal aufschlussend erreicht! Ah! Es war so gut! Anne macht cool und viel sexy! Ah, das war nice! Das war echt nice! Ich bin auf die Zeiten gespannt! You finished first! Steht bei mir! Ich bin Zweiter! Hä? Aber meine Mutter war da vorne! Es wurde vorhin links auch angezeigt, dass Liquid erster war! Ich bin auf die Zeiten gespannt! Das ist strange! Das ist strange! Wenn's anzeigt, jetzt... Ah, da ist ja der Iwe Griebel! Jetzt die Zeit! Ich bin mega auf die Zeiten gespannt! Wenn das Spiel sich nicht mal einigen kann! Okay! Die Zeit war Dalu schneller, ne? Das sind ja Tausend, ne? 512! Ja, das ist absolut nicht viel! Boah! Manus war auch ganz nah! Early hat Geld verloren! Das war richtig nah! Early hat auf sich gesetzt! Leck me! Boah, guck mal wie viel! Die Zeit! Ich seh das jetzt jetzt! Ich hab jetzt bei Best Lab geguckt! Aber... Das ist ja nichts! Gesamtzeit! Das ist ja nichts! Gar nichts! Das ist einfach 12.000 still! Oh Leute, das war der erste Part von Cunning Stun! Zwei Strecken haben wir noch in der Playlist! Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da und schaut bei anderen vorbei! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Dann ist Kunal wieder mit dabei! Macht's gut! Bis dann und ciao! Tschüss! Tschüss!